Es war schon immer mein Traum, als ich selber in den Kindergarten gegangen bin, wurde ich Kindergärtnerin, wollte ich werden. Und ich habe dieses Berufsziel auch immer verfolgt. Es war immer mein Traum und ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen. Nein, ich habe es nie bereut, weil Künzelsau auch für mich so ein Schritt war für einen Neuanfang, auch für das Anerkennungsjahr, einfach nochmal eine neue Einrichtung, eine neue Umgebung kennenzulernen. Und ich habe wirklich keinen Tag bereut, dass ich mich für den Schritt entschieden habe. Die besonderen Momente, würde ich sagen, ist die Dankbarkeit, die die Kinder dir wiedergeben. Ein Kind kam mal zu mir und hat gemeint, es hat mich vermisst, weil ich drei Tage nicht da war. Und das hat mir auch viel bedeutet, weil ich weiß, dass das Kind mir vertraut und dass ich für ihn ein Vorbild vielleicht bin. Ein Lächeln vom Kind kann einen den ganzen Tag retten. Man ist da wegen dem Wohl des Kindes. Das steht auch immer im Vordergrund und einfach diese Zusammenarbeit für die Kinder. Sprich, ich habe mein Kind auch hier im Kinderhaus. Bin auch sehr zufrieden hier, sodass ich praktisch meine Stunden nicht reduzieren musste, nur eben, weil ich jetzt Mama bin. Für den Beruf habe ich mich entschieden, weil ich einfach gerne mit Kindern zusammen arbeite und einfach Teil sein möchte, sie groß werden zu lassen. Also einfach so einen Beitrag dazu leisten. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich gern mit Kindern zusammenarbeite, weil ich schön finde, einfach den Lebensweg, den kurzen, wo sie bei uns sind, einfach mit zu begleiten. Die Stadt Künzelzau bietet im pädagogischen Bereich zum einen die Ausbildung zur Erzieherin an. Da gibt es die Möglichkeit, das über die klassische Ausbildung von vier Jahren zu machen, über die Fachschule oder dann auch die neue PIA-Ausbildung, die einen Berufskolleg voraussetzt und dann nochmal drei Jahre Ausbildung dazu, die dann auch bezahlt ist. Oder die Kinderpflege-Ausbildung, die dann drei Jahre dauert. Komm zu uns, entdecken wir uns zusammen den Wald. Komm zu uns, bewirb dich jetzt, wir freuen uns auf dich. Wir sehen uns, bis jetzt. general electronic- Wir sehen uns, bis jetzt.